Claude Monet ist sicher der bekannteste Maler der Künstlergruppe, die als Impressionisten in die Kunstgeschichte einging. Monet war fasziniert von der Erscheinung und dem Einfluss des Lichts zu verschiedenen Tageszeiten, Phänomene, die er in verschiedenen stimmungsvollen Reihen bearbeitete. Die gotische Kathedrale von Notre-Dame in Rouen gehört zu einer Reihe von Werken, in der er die Fassade der Kathedrale unter dem flüchtigen Eindruck der Lichteffekte und wechselnder atmosphärischer Bedingungen festhält. Monet schrieb selbst, alles verändert sich, auch wenn es aus Stein besteht. Der Künstler besuchte Rouen in den Jahren 1892 und 93 und arbeitete dort an mehreren Gemälden gleichzeitig. Jedes von ihnen zeigt die Kathedrale zu einer anderen Tageszeit in einem anderen Licht bei anderem Wetter. So kamen mehr als 30 Gemälde zustande, die er später in seinem Studio zu einer einheitlichen Serie überarbeitete. In dieser Version sehen wir die Kathedrale am frühen Morgen. Das Licht des anbrechenden Tages zeigt sich bereits am Himmel und beleuchtet die höchsten Spitzen des monumentalen Bauwerks, ehe es sich entlang der Westfassade nach unten ausbreitet und von dort die rot-violetten und dunklen Blautöne vom Portal verjagt.